Ich bin Marlen, ich bin 18 Jahre alt und bin jetzt seit 2020 hier bei der Stadt Emden und mache meine Ausbildung als Gärtnerin im Garten- und Landschaftsbau. Man ist ja eigentlich immer draußen. Das ist auch ein sehr vielseitiger Beruf, warum ich auch gesagt habe, ich möchte unbedingt den Bereich im Galabau machen, weil man in alle möglichen Bereiche, sei es jetzt der Steiger, Blumenpflanzen oder Pflastern. Man hat halt alle Möglichkeiten, wo man was lernt. Nur im Büro ist, glaube ich, eher nicht meins. Schwindelfrei bin ich auf jeden Fall. Das war auch Voraussetzung für den Steigerschein, denke ich mal, weil wer nicht in die Höhe kann, kann auch nicht im Baum und da irgendwie Totholz oder Ähnliches rausschneiden. Unsere Tage sehen meistens so aus, dass wir entweder rausfahren und dann halt Pflege machen. Allein so mit der Wechselbepflanzung und so was, da haben wir auch ganz oft das so, dass sie dann auf uns zukommen und sich immer so freut, wenn die Blumenbeete wieder so schön blühen und sauber gemacht sind. Und da kriegen wir auch öfter mein Lob für. Ich bin froh, dass ich mich für diese Ausbildung entschieden habe und für mich ist es definitiv das Richtige. Ausbildung befreundet... Ausbildung 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 Vielen Dank.